hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einem neuen nordschleife video von mir leute heute wird es richtig durchgeknallt denn heute teste ich ein auto auf der nordschleife aus einem jahrzehnt was für mich persönlich wahrscheinlich das absolut verrückteste und durchgeknallteste jahrzehnt in der formel 1 geschichte war und zwar in den 60ern die 60er waren eine zeit in der formel 1 wo die entwicklung also die leistung der motoren extremst gesteigert wurde aber die sicherheitsvorkehrungen überhaupt keinen wie soll man sagen keinen großen anklang fand also man muss sich vorstellen die strecken waren früher noch wie zu den 30er und 50er jahren bloß die autos waren halt plötzlich doppelt so schnell und zu dieser zeit kann man wirklich sagen diese autos waren wirklich motorisierter selbstmord und heute teste ich einen alten 67er rappen bt und ich würde sagen schaue ich den wagen erstmal von der rote wenn man von der rote von der rote bt 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.